No Scope Oh, ich habe ihn gehinten, Alter! Mit dem No Scope! Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel Ja Leute, ihr habt es wahrscheinlich alle schon mitbekommen gestern ist die neue Sniper Rifle rausgekommen eine Silence Bolt sozusagen mit 100 Basic Damage oder 105 Basic Damage und wir haben den Only Gold Modus heute gespielt da ist sie relativ häufig, weil da gibt es nur goldene Waffen und diese Waffe ist auch in Gold und das macht eigentlich Sinn und ja, wir hatten eine richtig geile Runde mit richtig geilen Sniper Kills und heute ist es soweit, ich möchte anfangen mit einer kleinen Gewinnspiel Serie und zwar möchte ich in jedem Video von mir, welches ab heute rauskommt ein bisschen was an meine Community zurückgeben viele haben ja einen Adventskalender gemacht im Dezember und haben dafür ihre Community zurückgegeben und ich habe mir gedacht, komm, ich mache da extra nicht mit ich mache es einfach im Januar, damit die Leute auch im Januar was zu gewinnen haben und im Dezember sind da irgendwie 1000 Gewinnspiele, da weiß man nicht, was man machen soll und ja, alles was ihr machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen ist mich bei Fortnite als Creator eintragen bei Supporter Creator unten rechts im Item Shop da klickt ihr drauf, unterstütze einen Creator, gibt dort fix ein F-I-X-X und schickt mir dann ein Bild von irgendeinem Gegenstand der heute im Item Shop drin ist, wo unten dann dran steht mit diesem Kauf unterstützt du fix auf Instagram ich heiße auf Instagram YoFix, hier eingeblendet ihr könnt mir das als Privatnachricht schreiben oder ihr postet es auf euren Instagram und verlinkt mich drauf alle die das machen, nehmen an dem Gewinnspiel teil und heute zu gewinnen gibt es zwei 25 Euro Gutscheine für meinen Merchandise Shop also falls ihr Bock habt auf mein Merchandise supportet mich als Creator, postet ein Bild auf Instagram und schreibt mir dann YoFix und dann habt ihr die Chance zu gewinnen und ich löse es dann morgen früh in meiner Story auf sobald ich aufstehe, schaue ich dann wie viele Nachrichten ich habe und so weiter und so fort kurz bevor dem Video von morgen, wo dann das nächste Gewinnspiel ist löst sich dann auf jeden Fall das andere Gewinnspiel in meiner Instagram Story aus also folgen lohnt sich natürlich und ja, das möchte ich jetzt jeden Tag machen also dass ihr jeden Tag so mit kleinen, aber feinen Preis zu gewinnen habt deswegen, falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da wir sind kurz vor den 290.000 und jetzt wisst ihr Bescheid und jetzt geht es los mit der Runde viel Spaß, let's go! wir sind raus ja, bleib ein bisschen ruhig bin schon draußen oh, Gegner? wo? bei mir irgendwo, Klaus? hinter meinem Haus hinter mir hab ihn? noch einer oder? ne, war er solo man, warum komm ich denn dann? frag mich doch nicht, hier ist neue Pump, wenn du magst ich bin 24, ich sitze auch schon wieder da wie so ein Opfer, Alter ich sitze immer so schräg zu meinem Bildschirm warum? ich weiß nicht Gewöhnungssache du musst direkt davor hier müsste ich sitzen, Jack oh mein Gott ich hab meine Pump im Berg gelassen ich hab nen fucking Medikit dabei oh man, meine Pump ist weg, ey lass mich slide, ich hab, oh warte, rechts oh, den kriegst du 50, ey lass die 2 holen oh mein Gott wo ist denn die hin? ich schieße die hintere Wand auf warte mal kurz einer noch schieß mal auf, schieß auf warte nice one geschützt 105er auf ihn oder geschützt? auf ihn eigentlich, aber halt Anzeige war er Sound war geschütz und geschützt ist auf der Todbau 1-0 1-0 1-0 ich hab gerade im Chat 1-0 66 beste Situation im Chat zu gucken, Bro 1-0 1-0 1-0 stellst du? äh, ja nur noch ich glaub wir müssen sogar noch eins machen Seilbahn ja Sniper Meister ich muss sagen, die neue Snipe ist richtig Premium Flugzeug holen wenn es eins gibt gibt es nicht wir sind so tot, Alter wir sind so tot, Alter wir sind richtig tot, sag ich rechts ist ein Flugzeug dort hinten, aber scheiß drauf Wollen wir launchen? ach oh mein Gott da ist noch ein Launchpad wieso kann ich meinen Markt nicht mehr setzen? hab ich meinen Markt weggemacht? Mausrad gedrückt keine Ahnung nein man, ich hab so anders eigentlich oh mein Gott hat keiner gesehen, Chat kommst du zu mir? ja, gleich hat niemand gesehen? hat keiner gesehen? unter dir, oder was? ja, Alter Silenced Sniper ist so böse, Alter der Sound ist geil, Alter auch wie die reloaded richtig böse, Alter und vor allem mit diesem schwarzen Waffen-Skin noch drauf Killer schwarz-gold richtig geil was hast du gemacht? ah, ich bin nur am Ding vorbei wir wissen nicht von wo mhm oh ich hab zwischen deine Beine geschossen hätt ich ihn getroffen, Mann ach komm, hör doch auf dich zu bewegen, Junge ey die sind so unberechenbar Mann die snipest den anderen einfach tot einer ist noch down unten uff, Degger wir sehen uns oh, die snipes on point, ey ja, ja, on point doch, Mann, den einen Headshot erst mal zehn Versuche und den pssst 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 hat niemand gesehen ich schneide es ich schneide es ich schneide die tries raus hat keiner gesehen ja, Mann unten first shot und dann oben first shot, Alter ich schwör's dir, bald kommt ein Panzer, Alter ja, Panzer wird kommen safe safe call wir schießen Osten World of Tanks Placement kommt irgendwo Richtung Osten 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 oben Einer hat Hit Nice aber der Z-Kopf-Sein ist ein Scheiß ja oh, die Wissen ja die sind abgehauen die sind abgehauen nach unten irgendwo die fighten noch die töten unsere Gegner, Alter das kannst du nicht weitergehen, weißt du unglaublich, Mann Panzer, Methanus-Handschuh und Schwert einer noch weiß besser einer läuft, ist er tot er läuft ach, wie konnten wir verfehlen was? ok, ich mach Druck Druck no scope oh, ich hab ihn gehint, Alter mit dem no scope sehr schön let's go, der Hase, Leute was ist da denn los? aber richtig, let's go, Junge was ist da los? oh mein Gott hi, YouTube fast geht benutzt alle den Supporter-Creator-Code-Fix Dankeschön oh Mann, ey Richtung, äh oh mein Gott Legende, Alter sind das die letzten? ja ok, ich push no scope again keep him ok, warte, ich muss no scopen ich muss kurz reloaden eine Sekunde eine Sekunde der andere ist schon fort, ja hm ja, der andere ist knocked am Boden no scope, let's go oh oh ich hab ihn gefeiert hopp er hat sie kennengelernt gg gg und Thousands Bis zum nächsten Mal.